willkommen zu einer weiteren folge pokémon platin ja well let's play pokémon platin auch noch ein trainer moment 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 aber jetzt kommt was nach checken gut nach der auch nach der aufnahme muss ich auch ganz ehrlich die festplatte freiräumen ich will noch den arena und dann will ich pennen scheiße um sieben stehe ich ja wieder also kurz vor sieben stehe ich wieder auf um mann gut dann noch bis blister oder bis da oder blitz sagen oder zacht oder kamen ich kann es dich hast bierrohr ok das wird aber die 32 folge folge immer 32 ja 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 es kommen gold king wasserring alles klar da kann man sich heilen darf ich doch stelle wieder kapier beim gold king besiegt er wird 43 star actor große gerade wieder einmal was maraike wurde besiegt so stärkesshilfe gut geht zur stadt da er gesagt auch unseren eisern ist doch kein hyperball ganz punkt 3 leute oder geht zum kampf versorgt noch ein halber war leider wie viele hyperbälle rumliegen der frau genug auflocken einig als tm wo ist pokus hinter der erste laden ich hoffe die punkte nicht so krass überlebt sind dann könnte es darauf dass wirklich klären könnte schade hier kann man hier kann man kein rad fahren wie echt scheiße in echt leben kann eigentlich auch auf da kann man auch an fahren ja wir müssen die ganze schneekugeln weg machen nein verdammt schneebedeck na kam kommt war zweck oder rosa erreicht level 32 aber gegen flugattacken rangehen liebe liebe ist und licht hier tausche ich mal trotzdem gegen erst leicht von das vielleicht nähe mit die ganzen schlitzer zudem gesagt er kann der eisertacke ein das fährt ende gewesen als um nicht das doppelte effektivität abweg ich freue mich für ein paar stunden hinlegen kann aber die ganzen kack jetzt schon mal weg sie dreht ja warum ja genau ich liebe der schnäppke 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 noch mal käfer geist in die käfer eis ich weiß egal wo ich mit auras tatsache es ist ein käfer eis oder pflanze ist ein käfer eis muss ich auch immer ein bisschen grübeln aber das ist eine geile kombi muss man sagen so das rebecca an die rebecca doch ein schnäppke ok wir treffen weiter ok wir haben was anderes für schnäppke einsetzen ach gut damit die folge die folge für morgen fällt mir gerade auch was für heute also folge 3 hochladen bad jammern 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 nie auf 100 tor ist ein eisgeist fahrt zweck ja 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 du kannst sie von egal welche seite kannst du ankommen was wird nichts ich hoffe schnell das nicht so schnell das nicht so schnell das sind definitiv bei der köpfe mit ein bisschen schneller und könnten in one nein natürlich nicht ein alter tag und das war's als drei jahr ja ich mich gerechnet hat überleben bin ich egal bei dem hier roselia ich hoffe dass es schneller wird roselia das risiko ging nicht ein hier früh die bekleid starr ab soll weiter ab und nicht mehr ist das machen ich glaube eis hat auch nicht wirklich so eine krasse wirkung also lecker und auch nicht was eine kasse wirkung können wir sehen was da steht ob es normal war oder ob es normal große rade einer 1000 also wow 33 schon holt auf impoleon die luxe auf platz 2 gelistet gut z nein das war jetzt nicht geplant du musst auf die reihe kommen irgendwie auf die inneren reihen ist immer kacke zu kommen so das geht ihr sie noch aber das ja ja lieblich liebe können wir einfach mal elektro attacken in your face oder normale dann hat zangal lux er hat erfahren von der rade erhält im folie und du musst es klären so wasser diese schnabel mit heiklau das liebe setzt gerade schreiein mit heiklau boppt weg nein 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 da kann tritt stream starten aufnahmen programm auf die 1 gelegt kann eben auf die 1 gekommen funktionieren wollte ich nicht jetzt meine punkte wieder belehnt belieber erstmal will ich beleben macht keinen sinn kaputt und die kaos sind oder ist nur eins aber jetzt du christoph du kristen trank du kristen halber trank du kristen super trank knacken so klack ah So, hierhin. YOLO, YOLO swag swag YOLO. So. So. Eissplitter, nein. Nein. Das könnte ein Untergang sein. Das könnte ein Ende sein. Oder? Ach, nein. Na, Kaffee, das wird sein Ende sein. Aber dass sich eine Flugpuppe so gut in der Eis-Arena schlägt, dass wir uns eigentlich so gut in der Eis-Arena schlagen. Gegen Pflanze verkacken wir, aber gegen alles andere gewinnen wir. Ah, da können wir auch gegen weiterkämpfen. Schnäppke. Aeroass. Aeroass-Trainer. So. Ähm. Ja. Alsa, nein. Bitte ziehen. Äh. So. Ist noch ein, ist noch ein guter Rahmen. So. Jetzt müssen wir langsam mal gucken, wenn wir jetzt auf den Platz stellen. Schneebedeck. Schneebedeck ist eine Pflanze. Wie ist ein Pflanzen-Pokémon? Als Pflanze. Also auf jeden Fall traue ich einfach voll und ganz darauf auf meine Stärke. Oh nein. Na, 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 na. Aber das Haar geht eher direkt. Schneebedeck ist schneller. Nicht viel, bitte. Wie gerade eben. Bitte nicht viel, nicht viel, nicht viel, nicht viel. Scheiße. Mann. Es Haar geht. Aber egal. Ich verpasse jetzt mit Dings eine. Weil Impolierung kann ich nicht wirklich setzen. Wir verpassen einfach einen Donner. Das ist ein Donnerzahn. Wurzler. Alfa Wurzler. Wurzler. Alfa Wurzler. Ich weiß nicht. Das ist jetzt noch mal eine Zahn. Das ist gleich aus Nummer 7. Wer willst du jetzt noch nicht mehr durch durch die Trainermenge? Oh Mann. Donnerzahnpuff weg. und man kommen jetzt jetzt setzt ja der schneeball ist weg und wie macht man das denn jetzt war am besten wir wissen mich da unten hin aber ich weiß nicht wie man hinkommt aber doch das ist ein aha das wird die ich hatte gar verlass die arena geht einfach an die kreis und bordmann center so 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 nein war klar die arena mussten muss egal so 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 schade es geht wieder nicht egal soll doch wer wird durch sind ihr seid bereit machen zu verlieren er gedacht bereit machen zum gewinnen flug pokémon noch als pokémon fertig oder 4 pokémon oh mein gott nein das nebel das nebel kriegen wir mit staraptor echt mega nice hin eine attacke boom weg ja das ding zählt nicht viel ab 34 638 38 schaden wir haben wir abgezogen 555 rex blizzard riskier ist riskier ist das kid ich habe jetzt anders ging es ja ich was kehrs nicht was kehrs mit kampfattacke kampfattacke muss klappen wir müssen schneller sein so ein fettes hässliches kampf kampf ja ja nein da kommt ein trank 100%ig singt lawine untergang ist ja war der untergang irgendwann haben wir einen schönen an dem bereich ist das abkratzen was ist gebracht war klar ja schnabel volltreffer aber er hat nichts gegen uns ist das schöne außer werden pfanzer tag hat fokus stoß online hat eine kampfattacke fokus stoß online hat eine kampfattacke fokus stoß nein wir waren schon über trank holzhammer die das unsere chance zu gewinnen das ist unsere chance zu gewinnen das ist unsere chance zu gewinnen also ich glaube ich bin jetzt gern die ganze folge schon erwähne arena rum Warn 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 Keifel Boden Moment Leute, mein Bildschirm ist wieder ausgegangen Ich würde sagen Keifel, Keifel ist ein Eisboden, Eisboden Bodenimmunität gegen, also Flu, also Flu kann keinen Bodenschaden kriegen, aber wir können krass Dings einstecken, wir können krass äh Kampf austeilen Aber dann probieren wir es Klack, komm Muss klappen, muss klappen Ist nur Level 40 Und es klappt, es klappt, es klappt, es klappt sogar noch, alter Und er hält noch durch, er hält noch durch, fuck Und direkt geht er uns, das war's Luchstreibend Luchstreibend Nicht im Ernst, Topgesundung Ich glaub keiner tanken mehr Ich kann mal gucken, ob ne, ob nen Donner Geht, weil ich mein, es ist ein Eisboden Ja Wo ist das? Erdbeben Wir wollen uns der Raptor Aber selbst, selbst mit Pflanze kommen wir nicht weiter Ich hab doch schnell, 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 schnell Steinkante Kommt Ich hab's Auch was unrealistisch überlebe Schade War'n Versuch wert 100%ig hat er was gegen Roserade 100%ig Außer wenn ich schneller bin, äh, ihn paralysieren kann Weil da hab' ich keine Zeit drauf spielen Komm, stachel Ja, ich bin schneller als er Ich dachte, ich brauche jetzt hoffe ich nur, dass er paralysiert, dass er paralysiert ist Und mich angreifen kann Lawine Hm Komm, bitte, bitte, bitte Hm Man, ich will auch mal ins Bett gehen Äh, Dr. Schöder Mord Äh, Dr. Schöder Mord Dr. Schöder Mord Na, jetzt hoffe ich einfach, dass ich einfach, wenn ich hier Hm, Hypertrunk einsetze, dass ich dann, dass da Eis wieder gut ist Wir sollten wir noch gegen zwei Eis-Pokémon werden Waren noch zwei Meine ich Komm, bitte jetzt paralysiert, äh, gegen dein Leben, geil Es hargelt, oh mein Gott Wir haben nur noch eine Wir haben nur noch eine einzige Dings Dings, äh, na komm, bitte, 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 es muss dauern gehen, es muss dauern gehen Wir können nicht mehr, wir können nicht mehr wechseln, aber wir können gute Erfahrungspunkte absahnen Das ist jetzt 44 Jetzt wird wir gucken, was wir den letzten Pokémon haben In der Arena Oh Gott, nein Es ist Oh nein Es ist ein Unlicht Es ist ein Unlicht Es ist ein Geist Geistes Geistes Geist Ja, ich habe eine Chance, ich habe, ich habe unsere Chance gefunden Hier, das setzt Blizzard ein Startup Dog geht down Locker Wäre so schön, wenn das nicht passiert, wenn das nicht passieren würde Ich gucke, dass ich Luchstra irgendwie, dass das Ding keine Erdattacke kann Dann muss ich gucken, dass wir erstmal heilen Luchstra heilen, oh mein Gott Wir haben wieder nur einen Pokémon zur Verfügung Aber immerhin steht das 1 gegen 1 44 gegen 40, aber ich habe eine effektive Attacke als er, glaube ich Blizzards Ah Blizzards zieht zu viel ab und wieso trifft auch Blizzard andauernd Wir müssen irgendeinen, irgendeinen Punkt erwischen, wo Blizzard man nicht trifft Danach können wir nämlich direkt mit, ähm Biss angreifen Aber Blizzard trifft immer lustigerweise bei den Blizzard, Blizzard hat so eine, ist normalerweise so eine schlechte, äh, so eine schlechte Treffrate Das Ding ist bei, wenn wir jetzt irgendwie angreifen würden, würden wir verlieren Direkten, das will ich nicht Anders können wir nichts machen Außer wir würden jetzt Impoleon holen Also Impoleon dann Das würde gehen, aber da haben wir dann die Arschkarte Das Wir eine Startattacke haben Klar Änderung, ich versuche Impoleon das Ding zu machen Alter, der will mich verarschen Äh Impoleon komm Mann Das trifft auch, warte mal Jetzt viermal eingesetzt Vielleicht kann sie nur noch einmal einsetzen Da hat sie kein Blizzard mehr Fünfmal Wenn schon, wenn schon, Realismus pur Uff Mann Ich bin die Wissen, äh, die Folge ist doch im Rahmen Aber leider nicht mehr Ja Wie sah das Doppelteam Unsere Chance Dann müssen wir um, dass wir durch, dass wir durch starten können Wenn wir jetzt, du Nein Wenn wir jetzt durch starten können mit, mit Teilklaue Er greift nicht an, gut, das ist unsere Chance Wir können jetzt mit, mit Teilklaue durch starten Ging daneben Ging daneben Als Erste, okay, schafft es endlich mal anzugreifen und ging daneben Mann Wir haben es nachts um 3.33 Uhr Am 3.01 Uhr Oh, das war sehr effektiv Aber Oh, ich glaube, die hat nur zwei Tränke Oh Ja, komm Spukball Nein Das, das könnte was abziehen Das könnte was abziehen Aaaaah So aus meinem Volltreffer Oh Alter, mit Maximum nur 60 Leben abgezogen Aber nicht mal Jetzt, also die Statistik steht auf unserer Seite Oh Oh nein Wir haben ja auch letzte Runde nicht getroffen, ist der Witz Mit Teilklaue Jetzt, bitte, jetzt ein Volltreffer Jetzt ein Volltreffer Jetzt ein Volltreffer Jetzt ein Volltreffer Ich weiß, dass ich ein Siegeswellen habe Ganz ehrlich, ich klopke mich ja gerade die ganze Zeit mit einem Pokémon Oh Oh Mann Hey Ich sag noch Respekt Ich hab keinen Stahl Kein Pokémon von Rheintyp Stahl Ich glaub krasseste werden Stahlstein Dann war's das Stahlstein, das war's Nein Nein Hochscrollen Metallklaue Spukball Spukball Mann, ich will nicht wissen wie lange dieser Kampf geht Spukball 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 Wir sind fast down, wir sind fast down Und die Attacke geht daneben Was ist das denn? Wieso gehen diese Attacken immer daneben? Kann das mal bitte niemand erklären? Letztes Alte, was wir eingesetzt haben waren Ne, Hypertrank Super Hypertrank Super Hyper Mega Trank Ich freue mich, wenn ich mich gleich entlegen kann Oh nein Der Schmerk hat da auch gerade rum Speicherplatz fast nicht bewahrt Mann Ja, ich weiß Das Ding ist, ich hab Ah, ich kann's mit Surfer probieren Ich kann's mit Surfer weiß ich, das wird nicht viel bringen Aber es könnte normal sein, mindestens Surfer Die setzt also auf die Spukball ein In die Attacke kann ich daneben gehen Wie kann man Surfer abwehren? Fuck you Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Das ist der fucking letzte Trank Und jeder unserer Attacken trifft einfach nicht Was ist das? Und bei ihr trifft jede einzelne Attacke? Ah, jetzt ziehen sie zu Jetzt hat sie uns 42 Schaden abgezogen Jetzt komm nochmal Bitte, 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 bitte Volltreffer Pfff 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 Mh 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 Kein Bock mehr Pfff Pfff Ich nehme diese Folge auseinander Und ich will Spätes Ende des Jahres werde ich mir so durchlesen Wie? Da werde ich durchgucken Wie lang Wie lang es insgesamt war Wir sind jetzt schon bei über 17 Über 16 Stunden Videomaterial Ah War klar Mann, ich wollte einen Direktweg nehmen Ui Schönen Direktweg genommen So Hab zum Pokémon, ich habe keinen Bock mehr In der nächsten Folge haben wir irgendwelchen Team Galactic Typen aufs Maul Und damit können wir offiziell diesen Orden wegpacken Und der nächste Orden ist der letzte Orden zwar hier hinten Jetzt gibt es Knallaufwahl Gut Dann würde ich sagen Danke fürs Zusehen Leute Wenn es euch gefallen hat Würde mich über eine Bewertung freuen Ja und dann Bis zum Nächsten Mal Also wie gesagt Wenn ich nicht verpassen wollte Playlist Playlist ist unten verlinkt Abo kostet mich nur mal um noch einen Tag zu haben Weil Ja Also super Bye Bye